So geht es bei Promi Big Brother in Woche 2 weiter. Jeremy Fragrance verlässt den Container freiwillig. Der große Bruder sorgt aber für Nachschub. Die Goodbye-Deutschland-Bekanntheit Katrin Heine rückt nach. Als erste muss Diana Schell den Container verlassen, gefolgt von Jörg Dahlmann. Am Dienstag kommt es dann zum Doppel-Exit. Die Zuschauer wollen Neuankömmling Katrin und Valentina Doronina nicht mehr in der Show sehen. Währenddessen sorgen die anderen für tränenreiche Szenen. Michaela Schäfer bekommt eine Videobotschaft von Freund Adriano. Freudentränen sehen allerdings anders aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ich habe einfach sein Lächeln vermisst, aber er hat überhaupt nicht gelächelt. Jennifer Iglesias schüttet hingegen Kati Karrenbauer ihr Herz aus. Mein Vater hat sich nur um sein Restaurant gekümmert. Ich habe oft nach seiner Aufmerksamkeit gesucht, aber er hat mich dann versetzt oder nicht angerufen. Nach diesen Szenen können sich die Fans sicher sein. Bei Promi Big Brother bleibt es weiterhin spannend. Du bist ein Blüm- checking-Siten. Du bist ein Blüm-E SAP hat sich überall neben dir著айken. Du bist ein Blüm-EAP wie severes oder Budget.